hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gefecht in world of tanks ich fahre heute den m 46 petten kr oder kurz m 46 kr auf der karte ruinberg und ich begebe mich nach vorne richtung position g1 etwa da ist auch die basis und von diesem punkt aus kann man mit diesem panzer sehr gut die gegnerischen tanks aufhalten noch wurde da keiner gespottet und richtig viele sind gar nicht mitgefahren normalerweise fahren die panzer aus meinem team hier mit ich bin zur zeit der einzige der hier ist hier ist ein t 37 da drüben ein cs 44 polnischer panzer und der hat mir auch gleich mal eine verbraten der garde kam nicht durch mich durch ich habe hier den sechsten sind noch nicht ausgebildet und da drüben ist ein tiger 1 3 1 und ganz da drüben steht ein indien panzer aber der steht auf der anderen seite komme ich gar nicht an und da fährt der tiger 1 3 1 raus das ist ein geschenk das kann ich mir nicht entgehen lassen gleich mal der zweite treffer nimmt mich gar nicht wahr dafür hat die arti mich getroffen die gegnerische jetzt dreht er den turm in meine richtung kam durch mich nicht durch ich durch ihn schon und jetzt kann man durch aber ich konnte zerstören und da ist der cs 44 der ist hier rüber gefahren hat in den boden geschossen aber ich kann nicht durch im schlechtesten moment geschossen und da links sehe ich die garde das kam er wieder durch mich durch schon zwei drei unnötige treffer die ich hingenommen habe jetzt kommt er rausgefahren da ist er wieder besser einzielen und durch gekommen dafür hat er mich erwischt ich habe noch 197 strukturpunkte ich werde den kommandanten jetzt hier nicht wieder herstellen da drüben ist der garde hat über mich drüber geschossen schön einzielen lassen und treffer in den garde und gleich noch ein treffer und da kommt ein renegade auch den konnte ich treffen er kommt nicht durch nicht zu mir her erst abgebogen vorher aber dafür versucht der gerade noch mal aber ich glaube jetzt hat das vor und hat mich zerstört ja das war ein schnelles gefecht aber von meinem persönlichen ergebnis her gar nicht mal so schlecht und ich denke mal wir sehen uns dann gleich in der auswertung ja das war das gefecht mit dem m 46 kr auf der karte ruinberg das gefecht ging dann doch noch siegreich aus dann werde ich mal den bonus anwenden und kommen wir somit auf eine gesamterfahrung von 7358 und dann gucken wir uns die team auswertung an platz 3 anhand des schadens 2527 ein kill und daraus ergibt sich eine wm 8 von 4206 ja wenn euch das video gefallen hat das bitte einen daumen nach oben da drückt den abonnieren knopf und dann hören und sehen wir uns im nächsten gefecht wieder